Ja, jährlich steigen in Deutschland zighunderte, tausende Menschen in den Fitness-Lifestyle an. Aber letztendlich bleiben ca. 25-30% langfristig beständig bei ihrem Vorhaben. Die alle anderen, ein großer Anteil sogar, nach 6-8 Wochen werden die aufgeben, man wird sie nie mehr wiedersehen. Warum? Weil sich ganz einfach dieses Vorhaben Fitness-Lifestyle, gesunder Fitness-Lifestyle hat sich noch nicht als Routine verankert. Oftmals steckt auch dahinter, dass die meisten völlig unkoordiniert vorgegangen sind, kein gutes Zeitmanagement gehabt haben, einfach zu viel gewollt haben, sich die Ziele zu hoch gesteckt haben. Hinten dran steckt auch nur noch ein Wort. Das ist das, was meisten oder viele Menschen einfach nicht mehr wahrhaben wollen, wahrnehmen. Das ist das Wort, was mit D anfängt, Disziplin. Und Disziplin ist nicht in Genen, wird nicht vererbt, das kann man lernen.